Derp Do it, oder was? Don't Derp Do it Hä? Ah, da ist es! Ach du Scheiße! Macht das irgendwas? Ich hab gehört, es ist laut Laut? Echt? Geh mal rein Ich weiß es nicht, ich kenn's nicht Ich hab Angst, was da... Alter, der kreft ihren! Ja, ist der Böse? Ach, keine Ahnung, Mann! Schau dir irgendwie süß aus Blobby-Wolli Jetzt kommt er mit Highspeed angerollt Ja, der andere sagt Müssen wir jetzt einen spielen Desi, wie Rolli Das ist in dem Viech Ja, was macht denn der? Eine Ahnung Das kreuz ist lustig Alles nicht laut, oder wenn du hingehst vielleicht? Ich hab ein bisschen Angst Was der lustig macht Ich weiß echt fast nichts über das Teil Jetzt soll ich mal hingehen Ja Jetzt soll ich mal hingehen Jetzt hat er uns gegeben Ist der jetzt ein Boot zart, oder was? Der stirbt mir dann Alter, der macht Türen auf, hat der die aufgemacht? Irgendwas hat er die Tür auf? Oder ist der jetzt wieder auf dem? Alter, voll dramatisch irgendwie Ja, die Musik geht von dem aus Ich glaub's Aber ich denk's Links Rechts Ah, das ist echt ein Boot Ah, das ist echt ein Boot Das hat die Wunden-Dorgen von dem Sech-Junge Oh Wir sind im Forrest Was für? Was für? Habt ihr diese Supergasmaske? Ich glaub schon Ähm, ja, diese würde ich jetzt benutzen Warum? Ähm, weil das Vieh, was ihr euch verfolgt, ist schneller als hier Nein! Was hast du gesehen? Das war das... Oh, fuck shit! Fuck shit! Fuck shit! Nimm die Maske! Fuck! Dieses Viech... Das Viech hat zu gelben Augen. Ja! Ja, da ist es! Nein, das ist was anderes, oder? Doch, das sind die gelben Augen! Doch, das sind die gelben Augen! Ich glaube, das ist hinter uns. Du sagst nicht. Nein! Wo ist Koba? Das war Koba! Ihr seid gut! Oh, da ist der Fuß! Das ist der Fuß von dem... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Rennt es? Das rennt nicht, oder? Schau mal an! Ich glaube, es hat mich nicht gesehen, aber schon das steht da. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Machst du das? Was, was, was? Kann das sprechen oder oder sind da noch Menschen? Nein! Da ist da einer. Ja, da stand irgendwas von einem Cleaning-Team. Das ist da oben gefangen. Kannst du dir gar nicht mehr davon? Ja, da kommt doch doch nicht durch, oder? Da kommt doch doch nicht durch, oder? Hat er sich überhaupt Augen? Das ist nicht, hier, hier... Ich würde... Ich würde sie mal von... Ringen ganz nah hin oder wieder weg. Dann können wir... Ohhhh! Das ist schnell, das ist schnell, das ist schnell, das ist schnell! Leg mich am Arsch! Ahhhh! Da wird die Zeit ja irgendwie so zurückgedreht, ne? Hast du nicht die Kommentare gelesen? Nein. Unseren Zuschauern. Nicht alle. Je öfter du da durchgehst, desto... Deswegen haben wir auch Items verloren. Diese Hand. Ich habe gelesen, dass der Alex Beck geschrieben hat. Er weiß nicht genau, wie das hier funktioniert. Raum und Zeit Kontinuum hier. Aber wir haben eh keine Items. Ja, aber einer hat auch geschrieben, dass wenn du da ganz oft durchgehst, dann passieren dann merkwürdige Dinge. Ja, sollen wir weiter durch? Ja. Probier ich es auch. Ja. Mehr nicht. Warte, der wird da Blut. War der schon da? Ich glaub nicht. Weiter geht's. Dreimal noch. Zwei. Echt? Eins. Zwei. Vielleicht sehen wir da diese... Diese... Diese Fälle. Woah! Das ist ja nur ein Loch als Gesicht, Mann. What the fuck? Komm, noch ein paar Mal. Das hat er, glaube ich, auch geschrieben, dass da irgendeine Weiche auftaucht. Weiter geht's. Also es ist genau zu sein. Nein, ist Angst. Hup! Was, was, was? Gehen wir zu den Viechern. Was? Ich hab Angst. Oh, Alter! Geiler Shit. Junge. Geiler Shit. Junge. Ich dachte, der verschwindet immer, aber der bleibt, schau mal. Wie cool. Ah, der ist noch nicht scary und der soll doch Kita sein, ne? Ja, was macht der? Der kann sich selbst replizieren, oder so? Ja, aus verschiedenen Materialien, irgendwie. Ja. Ohren. Hier stand, glaube ich, in einem so einem Addendum, dass ich aus menschlichen Ohren riecht. Oh! Ja, der ist ja wieder. Hallo! Hallo! Der bricht da durch und tötet uns, ey! Wär schon voll krass. Da wird er nicht aufs Spot angest. Der springt sich durch die Scheibe und irgendwie flug bevor er bei uns ist, transformiert er sich dann noch in so einen richtigen Furchteanschlüssel. Und seit ihm in so einem fetten Gebiss, ne? Beziehungsweise so ein Monsterschrei. Okay. Und jetzt zurück.